Stats Current Winning Streak Nice 60% Win Rate Ich glaube ich weiß was ich mache Obwohl Moment erstmal muss ich Pause machen Und Ich melde mich dann gleich wieder Ich lde mich dann gleich wieder Vielen Dank. 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 Okay... We need some good damage for them. Because they are... Because they are... Because they are hell of tanky. Sure... 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 Ich will... Mind... Mind... I... I mean... I... 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 ... ... ... 200... 200... 200... I... ... ... ... Ja. Goddammit! Okay, er hat sein Wort gesetzt. Ich kann nur raten, wo, aber ich würde behaupten, mal hinten drin. Ah, ich bin zu lang. Oh, dammit. Oooo, ja. Gib mir den D-Ward. Yes. Yes. Worth it. Totally worth it. Ah, Healing War. Schick. Hätte ich jetzt nicht unbedingt auf Level 3, aber... Hm. Nice. Windlace. Das kann auf jeden Fall herkommen. Ähm... Bin ich wenigstens etwas schneller. Ja. Ich stehe da gerade auf Shakira. Ja. Warum hat er so viele... Windlace. Nice. Au, das tut weh. Das tut weh. Ah. Oh, shit hat er da. Wirklich. Na, benutze es nur auf mich. Mir ist ziemlich wurscht. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich bin zu langsam mit der... fucking... Ha, ha, ha. Du Depp hättest hinein können, aber okay. Shit. Sag mal, kann mir mal einer helfen, Mann? Oh. Oh. Ah, ich hätt noch eine... Healing Self gehabt. Uphill hätte die mir helfen können. Der war ja so doof. Der hätt warten müssen. Bis er sich das zuestellt. Weil ich hab den Kill dafür bekommen. Und es Gold. Hm. Shit, man. Jetzt mach den noch fertig. Oh, what? Ah, Juggernaut. Ah, Juggernaut. Der kann ich nicht mal eine Clarity besorgen. Ah, eine Healing Salve. Das ist doch bitte mal dämlich. Wie viel steht der denn? Der ist doch schlimmer als ich. Nee. 2, 2, 3. Ich stehe... Ich stehe 1, 3, 2. Naja. Ach, der ist nicht healing. Okay, ja. Hm. Ich weiß nicht, warum der schon wieder so low ist. Fuck me. No, du gehst da nicht durch. No, du gehst da nicht durch. Läuft doch alles... Läuft doch alles super. Was hat der denn da vorgehabt? Was hat der denn da vorgehabt? Das ist sehr freundlich. Weil langsam tut das echt weh. Oh shit. Das tut weh. Läuft mich. Okay. Shit, man, wenn ich die nur... Vision, Vision. Ah. Oh shit. Oh shit. Deswegen wurde ich nicht angegriffen. Ich bin dann mal weg. Oh shit. Das sind drei... Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Over on top. Oh fuck. Komm schon. Oh Mann, du bist doch... Ich muss aufpassen, wo ich hingehe. Ich habe trotz allem nicht genug Mana. Vor allem, weil ich vom Level her noch nicht hoch genug bin. Oh shit! Oh shit! Danke, ich hätte eh nicht genug gehabt. Okay. Bisschen voräulich, aber okay, meinetwegen. Ah, Bot Tower war am Fallen. Das Lader ist tatsächlich dran. Okay. Okay. Okay, whatever. Wir werden einfach hingehen und Wraith King beim Farmen stören und dabei hoffentlich nicht drauf gehen, wenn ich hier den Ward platziere. Okay. Oh! Eine kleine Überraschung. Ah, die stehen wieder auf. Ah, das Schöne ist, mich wollen sie nicht zwingend. Ich hätte eigentlich doch freeze'n sollen, aber naja. Der Freeze hat nämlich mehr. Ja, das ist... Ja, das ist... Oh! Ich meine... Ich wollte nie da hin. Mh. 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 oh man's shield was haben wir denn noch natürlich wurde das andere schon benutzt endlich oh oh Ah, dang, what the hell, god, man, das ist dann, natürlich. Ah, er hat endlich seine Radiance, hmm, ist leider, auf jeden Fall, Agility, fuck it, bevor ich ohne gehe. Hmm, okay, 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 okay. okay er braucht noch für maillstrom what the fuck wow shit man wieso bin ich so langsam what the fuck und jetzt shit me fuck oh shit man gut so müsste noch sterben far far away würde ich mal behaupten far far away so sah es aus yeah don't wanna know mein stream deck hat sich aus und wieder angestellt what erfahrung fehlt auch ich will nicht so Ah, Storm... Hmm... Ah... strange aber sie noch die haben wir schon da oben steht ich hätte besser das ist aber doch kein observer dieses observer da warte wo ist mein habe ich nicht den wort gekauft habe ich nicht den wort kauft schlader hat nen tau ah den knight er hat mana boots wofür hat der mana boots der hat ne maiden im team und hat mana boots so what do you need magic damage i know i do ah goddammit hmm hmm fuck ach jetzt gehen die los ohne mich oder was hm ich meine key pressure und so hm hm wie gut dass ich nicht genug mana für meine ulti habe sonst hätte er mich gestoppt ja ja Hmm. Ups. Okay. Hmm. Ich meine, den Tower Down gehauen. Hmm. Hmm. Ah, fucked up, sorry. Yup. Fuck us, then. Oh, what's up, sorry. Yep. Fuck us, then. Das heißt keine Entschuldigung dafür, dass man den Blink abfuckt. What? Falsche Reihenfolge ist dein Problem, Junge. Mir wäre das scheißegal, ob da jemand anders den vorher stunt oder nicht. Dann hätte ich das anders getimed, ja, aber sonst nix. Ah, okay. Aber das müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren, ob das mit Juggernaut funktioniert, wenn du die Mask of Madness in der Ulti zündest. Weil eigentlich, ich müsste das funktionieren, weil du bist ja dann in deinem Omnislash und dann beschleunigt sie dich nochmal. Mehr Lifesteal, mehr Damage. Oh, ich würde auf Top gehen. Just for fun. Und einfach mal So wenig Mana. For God's sake. Weil das das letzte Mal schon so gut funktioniert hat. Just saying. Ah, shit, man. What are you doing AFK with four people in the jungle? No reason to stay And then we kill them and then we take high ground. We're not AFK. This is the position you need to play in if you want to. We're never more. See, when you're ahead, you fucking stay around this place. Wenn du vorne bist, dann besorgst du dir Vision, nimmst die ganze Karte und farmst die ganze Karte. Lässt denen keinen Platz und oh mein fucking God. Wie dämlich kann man sein, ey. Unglaublich. Ah, Mann. Also man muss um diesen einen platzierten Ward spielen, um zu gewinnen. Und das ist so der Konsens irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Aber hey, weil mit dem Ward, ja, mit dem einen Ward, der total dumm und unnötig ist, gewinnst du Kontrolle über die ganze gegnerische Seite. Aber hey, wen interessiert das? Keinen, der wirklich Legend spielen will. Keinen, der wirkliche? Keinen, der wirkliche? Keinen, der wirkliche? Oops. Fuck me. Tja. Tja. Mhm. Oh, ich hab eine Glimmercape-Mission. Das ist natürlich ekelhaft. Oh! 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 komm ich auf die 70 wahrscheinlich nicht dafür müssen die erst mal rauskommen ja nee ich schaffe nur level 2 wie was gott Das war's. Hmm. Nur mal nebenbei. So, ich werde jetzt auf 90 sein. Mal gucken. So, wir haben kurz vor 6. Das heißt, ich hole mir jetzt was zu essen. Guck, wie weit die Spiele sind. Und dann gucke ich Secret. Und danach... Mal gucken, ob ich dann weiterspiele. Ciao.